Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, was ich bei Create a Smile geshoppt habe. Und zwar habe ich mir da einige Stempels bestellt, die ich schon länger auf dem Schirm hatte. Und zwar starte ich mit dem hier. Scene-Bilders heißt das. Ich fand nicht so schön, dass dieser gestitchte Rand noch drum herum ist immer. Dann einmal Drs Helpers. Das hatte ich jetzt nur auf Englisch gefunden. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch auch noch gibt. Dann das hier, Bärmehl. Fand ich das süß mit dem Bär, eine Kombi mit. Ich würde es wie Liebär selbst vorbeibringen. Ein paar Wortspielereien. Die Bärchen sind ganz süß. Dann noch Spruchstempel. Auf Deutsch findet man ja auch recht selten gute. Das heißt ein ziemlicher Knaller. Dann nochmal etwas kleinere. Das heißt kleine Sprüche. Das gibt es nochmal in der Weihnachtsausführung. Das war allerdings ausverkauft. Das bestelle ich dann am nächsten Mal mit. Dann zwei kleinere. Einmal dieses hier. Coffee Collection. Und den hier. Fand ich so witzig. Kleine Geschenke heißt er. So und dann auch zweimal stanzen. Einmal diese hier. Sprechblasen. Dann das hier. Einmal Glückwunsch. Einmal die Schrift. Und dann einmal so ein bisschen so einen Rahmen drumherum. Fand ich auch schön. Und dazu gab es noch ein kleines Dankeschön. Das sind so Sticker. Wir machen jetzt mal aus. So. Eigentlich schöner Ton. Das Babyfone möchte ich aufgeladen werden. So. Genau. Das war es von Create a Smile. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.